Hallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 15. Wir sind hier am Start mit den Muffins. Wir spielen immer noch Pro Club. Danke, dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute natürlich wieder der Currywurst, der Gute Dennis, der Sascha im Sturm und der Leno ist in der letzten Folge zugestoßen. Hallo Leno. Und der Major ist natürlich auch dabei. Ganz mal kurz Leute, wenn wir das verlieren, spiel ich nie wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, der Major möchte ganz gerne für den Win jetzt glaube ich. Ich sag's nicht. Ja, das ist Majors Rivalteam. Ich hab's so gewusst, dass ich das sagen würde. Freunde, wir haben jetzt für den Major, komm. Aber erstmal im ersten Sinne für uns, weil wir haben jetzt das letzte Spiel gewonnen. Wenn wir jetzt noch ein Sieg nachlegen, wäre es schon perfekt, ne? Genau, und ihr müsst eure Tipps abgeben, was ihr meint, wie wir das Spiel hier meistern, gewinnen, verlieren. Einfach mal in den Kommentar schreiben und drückt uns wie immer die Daumen. Ja, und vielen Dank für den Support, auf jeden Fall. Sag mal krass, wie ihr uns unterstützt, da muss man natürlich mal Danke sagen. Boah, Alter! Ja, das war ja robust. Da kein Foul, okay, Schiri gekauft, typisch feiner Wache. Das ist so, ganz ehrlich. Komm Leute, gehen weiter so. Boah! Mann Leute. Das gibt's nicht. Ja, da war direkt hier ein Zeichen für die vierte Minute rekordet hier. Haben die Türken das Tor geschossen. Und da wird mal ein Wendchen-Mater. Redet dich einfach um die eigene Achse und steht frei vom Tor. Hammer, ey. Sehr schön. Verdientes Tor, muss man fairerweise sagen. Zum Glück ist das jetzt so früh passiert. Von der Salazar. Das können wir noch, das können wir noch Rentnern. Klar. Tut well. Tut well. Okay, let's go. Aber ich stehe da alle auf einer Seite, das kann nicht sein. Was ist denn los? Bronzer, bronzer, bronzer. Ne, das ist abseits. Achso, sorry, ja. Klar. Ja, nicht alle auf dem Haufen stehen immer. Nicht den Ball jagen. Wer ist denn auf der falschen Position? Was für eine Farbe bist du, Sascha? Im Blau. Okay, blau. Okay. Boah, was? Das gibt's nicht. Wie hört ihr das an? Was war das überhaupt für ein Klärungskopf? Warte, ist das euer Ernst? Ich mach meinen Controller jetzt gleich kaputt. Guck mal diesen Klärungsversuch an. Ja, weiß ich. Wieder diese typischen. Ja, da kannst du nichts für, dass du diese Standardspieler da. Ja, Dusel. Warte, jetzt wird er ruhig bleiben. Komm. Guck wie die draufgehen, Alter. Hier, hau nach vorne. Oh, das ist gut. Lass die draufgehen, Alter. Sehr schön. Schick ihn durch. Sascha, mach ihn bitte. Sascha, komm schon nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was war das denn? Hast du links Fuß gemacht, oder was? Weiter, 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 komm. Hallo, hält ihr mich nicht? Ja, Meter. Das lauste, ja. Das ist sehr leise bei mir, sag ich nur. Alter. Jetzt übertreibt das aber. Das hat der andere auch versucht. Gibt's da irgendwo einen Bug oder so? Hey, Leute, ja. Guck dir das mal an. Ja, aus der Drehung. Wie kannst du denn so schießen? Ja, das frag ich mich aber auch. Also, ich war ein bisschen unlogisch, weil ich FIFA finde, ist inzwischen, also ich meine, viele haben gesagt, das ist realistisch, aber das Tor, das macht teilweise echt immer ab. Weißt du, wenn du da noch so lange da stehen? Ich bin jetzt Bronze. Das geht schon. Ach so, das bist du. Ich bin jetzt... Ah, aber, aber, das ist Bronze. Runter, runter. Scheiße, mein Mann. Ey, habt ihr gemerkt? Ey, guck mal, die sind... Die gehen mit vier, fünf Leuten drauf. Wenn ihr ein bisschen abwartet, dann fallen vier, fünf Spiele automatisch raus bei denen. Mit einer Bewegung. Ja. Bisschen geduldig, wie das Spiel ein bisschen geduldig. Wenn mega offensiv sind. Guck mal, guck mal, jetzt durch. Jetzt, Alter. Jetzt, der muss sicher sein. Sicher drinne. Komm, Dennis. Komm, Dennis. Das gibt's nicht. Das gibt's schon. Der hält den mit seinen... Alter, du hättest ihn fast getunnelt. Okay, Leute. Da kommt jetzt wirklich nichts zu machen. Das war super gut. Ihr merkt, ihr, das stimmt wirklich. Wir haben echt viel Platz. Ja. Das müssen wir echt so weiterführen. Man muss halt immer den Gegner erst kennenlernen. Die spielen halt alle anders. Das ist ja hier, wie gesagt, alles online. Jeder hat ja eine eigene Strategie, sag ich mal. Aber das war mega gut jetzt. Irgendwie hängt das hier also. Mega, mega frei. Ja, warte. Nochmal. Nochmal, Dennis. Oh, Alter. Ich hab ihn. Dennis. Lauf. Ruhig, Leute. Ruhig. Nicht direkt ausrasten. Tor. Komm schon. Nein. Was? World Trade Center oder was? Hä? Hä? Der war so groß wie ein World Trade Center. Oh, Möcher. Solltest du mal direkt reinfliegen, was? Ey, so, ey, ey, sowas hier. Alter, schön. Oh, komm schon. Komm, Maitre. Oh, ey. Oh, ey. Ich rede ruhig, ey. Weiter, weiter, Leute, weiter. Der Freund, ey. Kommt direkt Ender, wenn der auf den Platz kommt, ey. Schlaf mein Controller hier kaputt, grad, Alter, ey. Kommt, direkt. Only time, ey. Lennu, lass einfach, komm. Los, los, los. Kommt, schon, Leute, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Scheiß. Der kleine Ergüdie, der schießt das Tor zu zweifeln. Alter, wie er da durchstürmt, Mann. Du musst jetzt den Comeback machen, Leute. Guck mal, er wollte zwischen, er wollte zwischen, er wollte zwischen und dann BAM, Alter. Schlaf. Sehr schön. Mal hier. So, Leute, abregen und weiter. Guck mal, was in meinem Namen steht. 1905, Mann. Das steht für Galatasaray. Ich glaube, ne? Jawohl. Der Mensch, aus. Wenn das Spiel zu Ende ist, zündet der Flare an. Ja, muss sein, Leute, muss sein. Okay, jetzt komm, wieder down hier, ja. Guck mal, wie er sich freut. Guck mal, ja, ja, Mann. Guck dir meine großen Hände an. Bief sich mal früh und Mario auf WhatsApp. Sauber, Mann. 2-1. Extant Minuten. Okay, die Strategie ist tatsächlich folgende. Die wollen immer drauf gehen. Genau, wir haben mega viel Platz. Mega aggressiv drauf. Guck mal, da sind direkt vier Leute jetzt vorne. Ja, siehst du, die sind alle. Nicht alle drauf gehen, nicht alle drauf gehen, Leute. Auf welchen nach hinten. Kommt. Mach keinen Scheiß. Ne, ne, ne. Ist unser. Da standen gerade wieder fünf Leute von uns. Was ist da los? Verteidigung ist das nicht schön. Ja, aber guck mal, so viele. Ja, ist normal, ne? Wenn die hier losstürmen, dann steht das Mittelfeld ja noch da. Sorry, ja, ja, ja. Ich bin nur das Beste für uns, Leute. Ja, klar. Okay, hier runter, hier runter, hier runter. Komm, 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 komm. Lauf. Wie bei der Beratung. Ja, klar. Alter, was ist dein Pass? Jo, Alter. Unser, unser, unser. Aber ey, guck mal, wie offen die spielen teilweise. Ja, ja, das mein ich ja. Das ist extrem bei denen. Also wir können die besiegen, wir haben die durchschaut. Noch einen, noch einen, noch einen durchstecken. Sauber, nochmal. Nochmal. Safa, komm. Flank rein, Alter. Was machst du denn da? Der Meter meint flank rein, ich flank rein, das ist los. Chill, 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 chill. Ich flank rein. Da sag ich ja so. Ich fang echt mal. Keiner schlittert so, weißt du? Ey, nur ruhig. Der Meter hat gesagt, ich soll reinfahren. Ja, ja. In einem Rindrennen, weißt du, da war das X. Manchmal eine eigene Entscheidung treffen. Ist aber nicht, ist egal. Ich rauf trotzdem, welche Einzelgänge. Schönes Ding. Ah, schade. Ey, Leute, aber guck mal, wir werden die auseinandernehmen langsam. Weiter, weiter, weiter so spielen. Zack. Valeria, wo bist du? Wir übernehmen die Überhand wieder. Meiner. Kevin. Kevin. Ich laufe, ich laufe, geht rein. Faxen nicht, Köln. Alter, die Köln. Oh, was ist das denn? Komm, Sascha. Yes. Yes. Das war das denn für ein Tor. Alter. Hau die Flagge weg. Bats. Was war das denn für ein Tor, bitte? Alter, wie geil. Sag ich nie wieder was über Köln. Was schlechtes. Guck dir das mal an. Bam. Alter, perfekt. Wieder rein, wieder reinfällt, so, weißt du? Bats. Das ist ja schon ein 2-2. Wie geil, wir haben gerade einen 2-0-Hustand aufgeholt, Mann. Der hat ja genau was. Weißt du, Dennis sagt noch, die kommt nicht. Und was? Und wie die gekommen ist. Ja, aber ich dachte auch, ist die fliegt drüber oder vorbei? Ja, dachte ich auch. Dann reinkt sie sich voll rein. Sehr schön, Sascha. Sehr schön. Genauso weiterspiegel. Der Torwart von uns flippt aus, der lang. Taros. Yo. Sehr geil, Leute. Sehr schön. Jetzt ist alles sauber. Jetzt ist alles wieder offen. 35. Minute, 2-0 zurückgekommen. Sehr schön. Wir müssen das beibehalten. Die spielen sehr offensiv. Ja. Die wollen jetzt alles draufsetzen, Leute. Guck mal, das ist richtig. Jawoll. Super. Schön, sehr schön, Alter. Mega passiv war das. Ja, ich will das mal annehmen. Ja, ja, kannst du das. Ich dachte, die kriegst du hin. Aber ist egal. Sehr schön, Gagsi. Sauber, sauber. Gagsi. Nein. Ich hab direkt gepasst. Ich bin direkt nach vorne. Sehr schön. Guck mal, rechts außen. Alter. Nice. Komm, Dennis. Die spielen sehr, sehr riskant, spielen die, ne? Gebt der jetzt Freistoß, ernsthaft? Jeder hat halt so seine eigene Spielerei. Das ist aber gar nicht gut. Mega krass. Vor allen Dingen, wir können das dann so ausnutzen, ne? Also ich glaub, die werden das bereuen nach 90 Minuten. Ja. Die spielen so, wie wir am Anfang, glaub ich. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Nur besser. Warum nur besser? Hol ihn dir, hol ihn dir. Wenn ich das Tor gemacht habe. Sehr schön, Sascha. Weiter, weiter, weiter. Es lag aber nur an dem einen. Warte. Nein, bitte nicht. Ach, scheiße. Egal. Es ist kein Ding. Es wird ein Spiel mit vielen Toren. Ja, ja, wir sind immer noch da. Komm. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie übertreiben. Aber schönes Tor, muss man schon sagen. Aber da haben wir einmal wieder... Ja, das war einmal wieder nicht aufgepasst und zack. Zack, bestraft. Das ist halt das Problem, wenn die so draufgehen, ne? Alter, verpisst du dich. Dennis, komm. Nein. Okay, v, der hat dich gehalten. Der hat dich gehalten. Alter, der ist so toll. Super. Wow. So. Ja, voll unnötig, die sich zwischen zu können. So, als wäre es ein bisschen mal hoch. Oh, ich bin unten, 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 unten. Guck mal hier oben, wie frei ich bin. Alter, wie voll... Guck mal hier oben. Durch. Major. Was macht ihr? Ich wollte, ich hab Dennis durchgedrückt. Ich hab Dennis durchgeführt. Mega frei. Ab dir. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sehr schön. Alter, so viel Platz. Nein. Das dürfen wir nicht machen. Das ist scheiße. Zu schlecht. Ganz nehmen. Mann, 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 Mann. Hau weg, Gary. Ja, gleich Halbzeit. Vielleicht kriegen wir noch was hin hier. Sauber. Jetzt. Messi. Ja. Alter, ich bin ja so... Boah, Lasting Curry bitte keinen Abschluss, Mann. Der hat das schon das zweite Mal. Ich glaub, sein Typ kriegt das irgendwie nicht hin. Ey, das ist gar nicht mein Typ. Grün warst du doch. Ja, das ist aber nicht mein Typ gewesen. Ich mein, dieser Typ, den du da nicht gespielt hast. Oh, fuck. Schade, dass der das abpfeift. Immer ruhig bleiben, Leute. Ruhig bleiben, Sascha. Ja, gut. Jetzt ist erst mal Pause. Ja, das ist nur ein Tor. Ja. Komm mal, ey. Wir haben das jetzt hier so schön gemeistert. Da kriegen wir den auch noch hin. Wink, bist du noch da? Das ist halt gut ausgeglichen, ne? Wir können die halt besiegen. Und ich denk mal, wenn wir uns jetzt wirklich konzentrieren, dann schaffen wir das auch. Ich glaub, der Major ist grad unterwegs, ein paar Fender Trikots zu verbrennen. Aber wir spielen nicht schlecht. Wir spielen echt nicht schlecht. Nur halt diese Momente, die wir dann einmal nicht aufpassen, dann zack, sind's da direkt. Aber hast du gesehen, Curry, wo du hinten rausgespielt hast, ne? Die kamen mit drei auf dich zu. Du hast eine Körpertäuschung gemacht, drei aus dem Spiel genommen. Genau. Die sind sehr offensiv. Meine Batterien sind leer. Nein! Heißt, wie mach ich denn so eine Körpertäuschung? Ja, mit dem Richtungstasten halt. Achso, ich dachte, du meinst jetzt. Du darfst halt nicht Kanten drücken. Man kann schon, wie ich das mache, manchmal richtig Körpertäuschung machen. Mit LT und RT. Aber das musst du dann ein bisschen schon üben. Ja, das ist ein bisschen schwierig. So, Freunde. Was, wie, Moment. Meine Batterien? Nicht anspielen, nicht anspielen. Angespielt. Warte, ich hol dir den weg. Nice. Hä? Da war ich los. Geil. Herr Taurus, was da los? Moment. Kriegt ihr mich raus? Ey, Leute. Warum holt ihr euch Controller für ein PC mit Batterien? Das ist der Grund, warum wir mit Kabel spielen, Freunde. Ja, ist auch so. Wartet, 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 wartet. Nicht nervös werden. Bin ja auch da, ey. Bist du wieder da? Eine einzige technische Schwierigkeit, der Mann. Ja. Da wäre es grün. Taurus. Nein, ich bin nicht grün. Alter, boah. Rot, rot, ey. Was war das denn? Was war das denn für ein Foul? Kriegt der rot? Ja, gibt ein Gelb, aber FIFA-Logic. Die Türken untereinander hier. Oh, da, guck mal, Schlägerei mit Mälte. Der kommt jetzt daher. Wo sind Sie? Ich holte euch die Gartenstube. Kann man mit dem Pass wieder? Abschluss. Ja, mach mal wieder mit dem Pass. Oder kannst du gut schießen. Wenn du schießen kannst, hau den rein. Also, kannst du auch versuchen. Ach, guck mal, guck mal, Alter. Jetzt gerade. Habt ihr gesehen, wo der Sascha da stand? Da stand keiner. Na, warte, warte, warte. Erst mal gucken jetzt. Warte. Und Sascha, Kontrolle alles wieder. Guck mal, Alter, guck mal zu mir, Kevin, rechts. Kevin, Alter. Was ist da rechts los, Alter? Was ist da los? Komm. Was machst du denn? Nicht schlenzen, du darfst nicht schlenzen. Reinhauen. Ne, einfach draufsieße, genau. Da war ich zu nervös, Alter. Freunde, nach hinten jetzt wieder zurück. Was machst du da? Valea. Alter. Alter, was ist da los, Leute? Was war denn da rechts los? Du bist rechts auf der Seite. Sehr schön. Sascha. Sehr schön. Sauber, Alter, sauber. Klub, klub, klub. Ja. Ah, nein, nein. No. Das gibt's nicht. Oh, nein. Scheiße. Was ist das denn? Mann. Das war eine Megachance. Irgendwie glaube ich nicht zum Einwurf hin. Ich danke das oben links. Du kannst ihn liegen lassen, Sascha. Du kannst ihn liegen lassen irgendwie. RT oder so. Weiß ich nicht. RT. RT, Alter. Eckball. Oh, Eckball. Super. Feistoß. Faul, faul. Freistoß. Jawohl, den können wir reinflanken. Sehr nice. Sehr nice. Warte, Dennis jetzt oder was? Oh, nee, Alter. Der Dennis hat seinen Charakter aber richtig gut gemacht, ne? Ja. Nein, nein. Aber nicht zu stark. Warte, hier ist noch die Animation. Okay. Warte, aber nicht zu stark. Ich mach's so Richtung Elber, ja? Brauchst du ein bisschen nach hinten, ne? Valea. Okay, er geht vorbei. Sehr schönes Ding. Oh, yes! Alter, Mafuyo, was haust du denn da raus, Mann? Was haust du denn da raus? Er ist der FC. Der Geistbock lebt, der Geistbock lebt. Alter, mega Flanke. Ey, bitte lass das Ding jetzt gewinnen, bitte. Wie denn diese... Mega Flanke, Mann. Der Mensch hat... Was? Er ist dann auf seine beharte Brust. Er ist der FC Köln, ey. Was ist der beharte Brust, ey? Er klebt sich die Haare dann ins Gesicht. Ja, wie der Brunze. Komm, wie der mit dem Kopf über dem Boden slidet, ey. Sehr schön. Sauber, Leute. Weiter, geil, Alter. Guck mal, ja. Wo will ich das sehen? Das war richtig gut, ey. 3-3, was ein Spiel, Mann. Und Spannung gar nicht zu unterbieten hier. Tarros hat schon zwei Tore geschossen. So, Freunde, jetzt holen wir uns das Ding. Hier holen wir uns das Ding jetzt. Habt ihr gehört? Guck mal, jetzt gehen die direkt drauf. Weißt du, die gehen direkt drauf. Rückkommen. Sehr schön, Alter. Komm, um. Sauber, hast du. Hast du Brunze? Brunze? Pass, pass. Oh, mega. Lauf. Komm nicht dran, komm nicht dran, komm nicht dran. Zurück, zurück. Ball leer. Alles gut, alles gut. Nee. Ball leer. Ball, Ball leer. Alter, der ist weg, der ist weg. Nee, den kriegt er noch. Müsst du mal ein Tore? Geh du da drauf, geh du da drauf. Hab ich. Boah. Alles gut. Eckball. Eckball, Leute. Was für ein Versuch? Hauptsache geklärt, erst mal. Ich gehe mal nachher. Immer im Mittelkreis hier, falls ihr dann irgendwie, ne? Raus damit. Jawohl. Schön. Alter. Dennis, unten. Ruhig, ruhig, ruhig. Lauf, lauf, lauf. Sehr schön. Immer ruhig bleiben. Erstmal den Ball kriegen und dann abchecken. Bin ganz oben. Guck mal hier, ah. Ah, wollte ich gerade durchstecken. Faul. Hier aufpassen. Den da oben decken, den da oben decken. Ah, zu spät. Yes. Sehr schön. Boah, da war der Kugel in uns. Alter, hau doch den Ball raus. Baut sie. Oh, den Ball weg, Leute. Boah, was ist hier los zur Hölle? Boah, wie unnütend. Erstmal raus damit. Ich hab direkt gedrückt. Ich hasse das, wenn die nicht schießen, weißt du? Yes. Leute, ihr seid im Abseits. Oh. Weiter, weiter. Pongse, Pongse. Nochmal, nochmal. Weg, weg, weg. Lauf, 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 lauf. Spiel. Lauf, warum denn? Ich kann flanken, man. Lauf, lauf, lauf. Jetzt. Ball kommt. Auflauf. Schöne Ding. Yes. Yes. Da ist die Füge. Alter, der Pongse. Alter, Leute. Was ist mit dem Sascha los, Mann? So schön, ey. Sauber, Dennis. 4-3, Mann. Es ist zu beleid, was ich gerade gesagt habe. Ja, siehst du, ihr müsst auch mal eigene Dinger machen, so weißt du? Hey, war ein Eigentor, Alter. Nein. Das war der Sascha, ein bisschen doof. Das dritte Tor vom Taurus hier, allein in dieser Partie, Mann. Alter, wieder die Führung geholt, Mann. Ganz kurz an die Community, bitte macht das mal so, dass ihr die Tore alle zusammenfasst und immer unter den Folgen schreibt, weil wir würden gerne so eine Torschützenliste machen aus dem eigenen Verein. Wäre cool, wenn da jemand, der dann immer zuschaut, das mal machen könnte. Also zum Beispiel das zusammenrechnet. Taurus hat 10 Schüsse und so weiter. So, das ist das schon. Und Vorbereitung und so weiter auch, falls das jemand gerne machen möchte. Konzentration jetzt. Die stürmen rauf, wie die irren. Ja, die müssen jetzt alles oder nichts, ja, sicher. Süß. Was versucht er dann da? Ergebens. Ja, man kann ja online so eine Liste erstellen. Und vielleicht hat ja einer Lust, das da immer einzutragen. Die sehen wir nochmal. Bats. Ja, in die Kommentare dann einfach posten. Und die anderen müssten das liken in dem Post, damit man das immer schön oben hat. Würde ich sehr cool finden, falls das jemand wirklich mal machen könnte. Müsste natürlich nicht. Aber einfach in die Mitte. Da ist Platz. Oh. Anscheinend ja nicht. Ja doch, hast du doch gesehen, der Ball kam an. Leute, pass auf. Das hat er gut gemacht. Aber, naja. Ja. Auf jeden Fall. Ganz ruhig. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt lass mich das sagen. Machen wir ein bisschen Ballbesitz, ja? Soll ich eins auf defensiv? Ja. Ja. Das kann nicht sein. Was ist das denn? Was ist das? So weit habe ich gar nicht nach draußen gelenkt. Bei Gaffer unten lese ich mal Gryffindor. Meiner. Ich finde es witzig. Reicht mir. Ja, Mann. Ich war doch mittendrin. Leute, die kriegen wieder Chancen, Mann. Das ist nicht gut. Ja. Da muss nur der ein Ball richtig sein und zack kam er wieder. Ja, genau. Dann steht es wieder unentschieden. Konzentration. Das sieht doch schon besser aus. Hier, guck mal hier vorne. Ich habe ein Gefühl. Dennis, bist du abseits. Sehr schön. Mensch, ich komme. Ich komme. Mensch, hast du noch. Komm. Schade. Was macht der denn da? Hasse. Hasse. Bin irgendwie verletzt da vorne oder irgendwas ist mit mir. Aufpassen. Drauf. Ihr müsst auch mal drauf gehen. Sauberbronze. Genau richtig. Ah, scheiße. Sorry, ey. Haben wir, haben wir. Alles cool. Durch. Oder lauf, lauf. Guck mal, wie frei ich bin. Ah, schade. Ich habe keine Konjunktion mehr. Ja, ja. Wir sind alle schon am Limit. Hasse. Brauchst du runter. Nein. Warte, spüle. Sehr gut. Sehr schön. Habe ich dich jetzt. Und das Herz lag auf der Wiese. Guck mal, wie der da so, wie so ein Krüppel da so. Ja, die Muffins halt, ne? Warte, Curry, warte, Curry. Mach mal so ein bisschen. Ja, die Frequenz läuft. Ja, hau raus. Bisschen nach hinten. Hat vorhin auch geklappt. Was ist das denn? Ja, nur lauf nach hinten. Aber nach hinten. Bin, 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 bin. Nur nach hinten, nur nach hinten. Guck mal, das kostet alles Zeit für die. Komm, komm. Ja, danke Curry, ey. Super. Boah. Jetzt nach vorne. Sehr schön. Schick ihn. Lang gewartet. Sauber. Dreck nachgesetzt. Genau so ist richtig. Bonzo, 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 Bonzo. Hast du, hast du. Oh, perfekt. Oh, fuck, ey. Schon gedrückt, ey. Der geht automatisch dahin und macht die Tür. Trotz. Aufpassen, aufpassen. Oh, nice, 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 nice. Ganz, ganz gefährlich hier. Ah, Curry, den hättest du wegballern müssen. Nein, 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 ran, 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 ran. Nein, 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 nein. Oh, warte, Curry, warte, Curry. Nein. Ich sag, Alter, warte doch. Nicht so im Trudel. Was ist los mit dir? Das ist Zeit für uns. Ich wollte ihn raushauen. Ja, warum? Achtung, 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 Achtung. Schön. Warte, ist gut, ist gut. Ist gut. Ruhig, 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 ruhig. Das ist alles Zeit für uns. Jetzt kann sie machen. Ja, nee, das ist aber so auf Zeitspiel ist auch ein bisschen doof. Ja, aber nicht, wenn alle da vor unserem Tor stehen. Das ist der Wahnsinn. Warte, jetzt haben sie voll offensiv. Sehr schön. Ja. Schade. Das gibt's nicht. Leute, wir müssen den Ball, wir dürfen den nicht verlieren. Nein! Jawohl, 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 jawohl. 89. Komm. 90. Ich hau jetzt einfach weg. 90. Nee, 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 machen wir den. Wurde nachspielzeit schon. Hau nach vorne, hau nach vorne. Nee, wurde noch nicht. Jetzt fünf Minuten. Wisst ihr, das meinte ich. Ja, das war ja nicht nach vorne, weil einfach... Alter. Ja, es ging aber nicht weiter. Es ging nicht weiter. Jetzt hau dir nach vorne, komm. Halt das Spiel ab, Mann. Halt das ab. Wird ja wahnsinnig, ey. Äh, krass, ey. Ey, warum haben wir den Ball seit 20 Minuten nicht? Äh, nee, ne? Jetzt nicht in den letzten... Nein. Nein. Keeper. Nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Ernsthaft? Ich hab ernsthaft ein Eigentor gemacht, ne? Nein. Auch noch das. Ernsthaft, Leute. Ey, sofort alle nach vorne. Nee, Taurus, nicht alleine. Taurus, komm mal hoch. Taurus, hoch, hoch. Taurus, komm. Das gibt's doch gar nicht. Auch noch ein Eigentor. Was hast du? Da pfeift er, weißt du, Alter. Das Problem war, guck mal, das Ding ist, der Curry hat sofort geschossen, als er den Ball mit dem Torwart hatte. Und da standen alle drumherum. Ihr müsst ja ein bisschen warten, Alter. Das ist so das Problem gewesen. Aber egal, wir haben 4-4 gehabt, ist gut jetzt. Wir hatten auch gerade wirklich keinen Ball mehr. Wenn wir ein bisschen gewartet hätten, hätten wir das gewonnen, glaube ich. Aber ist egal. Vielleicht sieht man das noch, was ich meine. Sorry, Mann, ey. Aber das ist jetzt, man kann darüber viel diskutieren und so weiter, ist jetzt gelaufen. Wir haben jetzt mal zwei Spiele nicht verloren, das ist für uns ganz gut. Und wir gucken, dass wir es dann übermorgen um 14 Uhr wieder hinkriegen. Und danke nochmal für den Support und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Woche. Geht uns die Daumen. Ciao. Ciao. No, I don't want you tomorrow, cause I want you today. When I sell you my troubles, seem to all just melt away. We don't have a lot of money, but we have a lot of fun. We go out in the darkness, always looking for the sun. Get ready for the night, get ready for the night, get ready for the night, we're moving to the music, till we see the morning light. Get ready for the weekend, get ready for the night, we're moving to the music, till we see the morning light. No, I don't want you tomorrow, cause I want you today. When I see you my troubles, seem to all just melt away. We don't have a lot of money, but we have a lot of fun. We go out in the darkness, always looking for the sun. Get ready for the weekend, get ready for the night, we're moving to the music, till we see the morning light. Get ready for the weekend, get ready for the night, we're moving to the music, till we see the morning light. Get ready for the night, we're moving to the music, till we see the morning light. Get ready for the night, we're moving to the music, till we see the morning light. Get ready for the night.